Da steht ne Mohawk, da steht ne Mohawk, die sprengen wir jetzt. Geil! 3 Millionen Schaden. Guck mal, geh du mal schnell da ran und versuche herauszufinden wo der Typ ist, dann schieße ich dagegen. Ich kann das Bein und kann er abhauen. Ja, jetzt ganz schnell gucken. Nicht am Heli. Nicht am Heli, ganz sicher, auch nicht drinnen. Ah doch, warte, er läuft wieder weg, jetzt kannst du. Ja? Okay, komm zum Auto. Halt, halt! Ja, jetzt kannst du. Okay, ready? Wir müssen sofort abhauen, ne? Ja, ja, ich weiß noch. Ich muss die OPG loswerden. Nee. Doch, 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 doch. Aber was macht der nicht so schönes, ne? Oh, komm. Wir haben ein paar Kupferklumpen, wollen sie die echt haben? Kupferklumpen? Ich will gerne Kupferklumpen haben. Geben sie mir ihre scheiß Kupferklumpen. Ja. 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 Das Beste ist, da sitzt wer drin. nein 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 soll schießen ja hat er es überlebt das verliebt weg 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 renn da ist der hummingbird wir müssen weg rennen 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 ist weit genug weg ist weit genug weg hier wir können es durchziehen los bei dem herz steht 100% welcher spaß hat bei der kupfermine mein auto kaputt gemacht er ist weg habt ihr es gerade echt gemacht ach glaube ich nicht ich hoffe nicht er ist er wieder geflogen ist du lebst er lebt auch noch schießt aber auf die engine was ist wenn ich ein schlechter schütze bin und ihnen headshot gebe das flugverbotszone aber da war ich sowieso nicht rumfliegen ich habe nicht auf den motor geschossen was war es denn mit vielleicht kommt er ja auch näher was es ist ja mir ich habe ich nicht nicht es ist das war Ja komm, wir pushen zu zweit! Ja, komm, wir pushen zu zweit! Johnnie! Alter, Johnnie! Ja! 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 Ja, der fährt da rechts ran, gerade. Ich seh's, ich seh's, ich seh's. Und er ist jetzt ausgestiegen, denke ich. Das sieht man voll gut. Ja! 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 Muss man bitte zum Verarbeiter rüber, zum Verkäufer ein bisschen gucken! Ich weiß jetzt, Digga! Machen wir auch wieder ein bisschen weg! War's das? Okay, wir hauen ab, wir hauen ab! Wir hauen jetzt ab! Gerne recht! Er ist am Heli! Hasten! Wir hast ihn gekillt! Wir hauen ab! Wir hauen jetzt ab! Wir hauen jetzt ab! Oh! Er ist noch schön am RDM? Er ist schon reifend der 4, weil ich muss das jetzt. Was? Er ist noch schön am RDG RDM oder wie? Ich bin mit einer Huren! 100 Meter von dem Ball hat mich weg! Oh nein! Willst du explodieren? Oh nein! Ist egal! Scheiß egal! Wir hauen jetzt ab! Warte! Warte! Jetzt! Du musst wissen, was ihm blüht! Er flammiert sich einfach von selber! Da kommt was! Oh! Steig raus! Weg! Weg! Was? Oh! Nein er ist geblocked! Ich bin auch tot! Das Gebäude ist gesto... ge... gebloed! Geht da jetzt mal hin und macht dir die übelsten Überfall Jetzt! Sofort alle aussteigen und anschreien! Ihr Überfall, jetzt, los, aussteigen! Direkt! Direkt! Direkt jetzt! Dit is'n Überfall! Hände hoch oder schieße! Hände hoch oder schieße! Hände hoch oder schieße! Bist du erschossen worden? Bist du tot? Ja. Alter, ich hab den Typen! Hab ich den eingegrillt? Ja. Ja. Das ist ziemlich vertakt. Sind die Autos jetzt Schrott? Die meisten.